Hallo, ich bin Lena und im Rahmen des Jugendkulturjahrs könnt ihr für diese Fairtrade-Ratingenschokolade ein neues Cover malen. Wir haben schon eine Fairtrade-Schokolade im Ratingdesign und jetzt wollen wir auch eine Kinder- und Jugendedition herausbringen und ihr habt die Möglichkeit, das Cover dafür zu malen. Es gibt einen Malwettbewerb und alle eingesendeten Bilder werden im Rahmen des Festes zum Weltkindertag im September auch ausgestellt und die Gewinner werden dann tatsächlich auf die Schokolade gedruckt und dann werdet ihr eure Schokolade auch im Touristinformationszentrum finden. Also macht mit!